Ein wunderschönes Hallo aus Köln von der Dachterrasse. Leon, aka Moving Monkey, ist zu Gast. Leon, das ist ja sensationell, dieser Ausblick. Ja, willkommen in Casa de la Monkey. Ja, also blauer Himmel, Sonnenschein, die Vöglein zwitschern im Hintergrund, vielleicht hört man es auch, aber diese Aussicht, ich glaube, ihr müsst unbedingt zu YouTube und euch das Video schon mal anschauen, weil… Würde sich lohnen. Würde sich lohnen, oder? Heute wären wir eigentlich in Bonn gewesen, bei der Deutschen Post. Dort hätten wir einen Vortrag, einen Workshop gehabt, aber zu der aktuellen Lage müssen wir, glaube ich, nicht so viel erzählen. Da gibt es schon genug da draußen. Es wurde verschoben bzw. abgesagt und dann haben wir uns aber gesagt, Leon, nein, wir treffen uns trotzdem und machen ein Podcast-Interview. Richtig, ja. Sehr schön. Freue mich drauf. Ja, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Wenn ich so zurückblicke, war das vor zwei Jahren im Fitness-First-Studio irgendwie. Ja, irgendwie. Also ich glaube, ich falle ein bisschen auf, wenn ich trainiere. Und ich habe es dir einfach angesprochen und gesagt, geiler Typ. Was machst du da? Genau, du bist auf mich zugekommen und hast gesagt, ey Leon, oder erstmal, ey, was machst du da überhaupt? Da ich ja ein bisschen was anderes mache als klassisches Fitness-Training und nur Pumpen oder nur eine Sportart. Du stehst gerne im Mittelpunkt, ne? Ja, ich meine, deswegen mache ich auf jeden Fall. Also extrovertiert auf jeden Fall. Und ja, so haben wir dann gesprochen und ich habe gehört, dass du viel dich selbst auch mit Gesundheit, selbst auch interessiert bist auf der persönlichen als auch beruflichen Seite mit Bewegung und dementsprechend, ja, haben wir geguckt, was können wir denn da zusammen machen? Weil Connections-Monnections ist immer gut, Netzwerken ist immer gut und da kommen immer schöne Ideen bei rum. Das stimmt, wir haben dann zusammen trainiert, aber bis es zum ersten Projekt gemeinsam gekommen ist, das hat noch so ein bisschen gedauert. Ich glaube, wir hatten wirklich erst im letzten Jahr die Premiere gehabt, dass wir da was zusammen machen konnten. Aber ja, ein großer Fan, deswegen freue ich mich, dass du zu Gast bist. Für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, ich meine, über Instagram haben wir schon viel über dich immer schon erzählt und beworben, eine kurze Zusammenfassung, wer hier mir gegenüber sitzt. Also, Leon Stege, aka Moving Monkey, ist Physiotherapeut, Coach, Athlet, Mobility-Experte, YouTuber, Podcaster, Speaker, Autor und einer der beweglichsten Menschen, die ich kenne. Welche drei Fakten soll der Hörer noch über dich hören, die ich jetzt vielleicht vergessen habe? Hm, das war schon mal ein schönes Intro. Welche drei Fakten? Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall die höchste Dachterrasse in Köln, so wie ich sehe. Ich würde sagen, ich bin dadurch, dass ich im Bereich Bewegung arbeite, kann ich meine Hyperaktivität sehr gut managen. Das heißt, ich mache tausend verschiedene Sachen, auch tausend verschiedene Projekte. Das heißt, wenn man nicht ganz so versteht, wo ich gerade dran bin oder was ich alles irgendwie noch mit in den Videos einbringe und so weiter oder was man auf Instagram sieht, dann ist das einfach, weil ich sehr, sehr viele verschiedene Interessen habe. Meine eigentliche Leidenschaft ist Fußball und ich komme auch daher und dementsprechend, wenn du sagst, Beweglichkeit, das ist ja nicht so etwas, was man direkt mit Fußball in Verbindung bringt und dementsprechend nehme ich das Motto eigentlich auch, dass Beweglichkeit für jeden trainierbar ist und jeder kann beweglicher werden. Es kommt natürlich auf ein paar gewisse Dinge an, aber ich habe mich als jemand, der keine Kniebeuge konnte, Spagat erst recht nicht, gerade so eben mit den Händen den Boden berühren konnte mit den gestreckten Beinen, dieser klassische Toe-Touch, eben dahin trainiert, dass ich das alles kann. Und das sage ich nicht, um anzugeben, sondern um eigentlich zu motivieren, um Ressourcen auch eben zu geben über YouTube, dass Leute beweglicher werden und damit eben schauen können, wie können sie denn gewisse Schmerzen angehen. Und damit will ich nicht sagen, dass Beweglichkeitstraining das Einzige ist, womit du arbeiten solltest, was dir Schmerzfreiheit bringt, aber ja, ich denke, das ist noch zu wissen. Da kommen wir gleich zu, aber das waren drei Sachen, also hyperaktiv, größte Dachterrasse in Köln oder auch schönste und er ist ein ehemaliger Fußballer und großer Fußballfan. Bevor wir jetzt gleich in die Materie einsteigen, eine Frage, die ich in jedem Interview stelle. Wenn du dir eine Superpower aussuchen könntest, welche wäre es und warum? Das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist Fliegen. Das hatten wir schon zweimal. Ja, aber das ist nicht das, womit ich mich richtig identifizieren kann, weil das ist so weit weg, dass ich denke so, ne, komm, let it be a dream. Aber es geht um eine Superpower. Ja, das schon, aber das ist halt was sehr Egoistisches, finde ich. Und wenn es eine Superpower gäbe, die ich wirklich haben wollen würde, dann ist das, jemandem die Hand aufzulegen, auf die Schulter, die weh tut und der Schmerz ist weg. Ja, das wäre, das wäre richtig nice. Geile Fähigkeit auf jeden Fall, würde ich sofort zu dir kommen. Wobei, toi, 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 sind meine Schmerzen, hatte ich bisher kaum welche. Steigen wir ein. Der Titel heute wäre gewesen, stark wie ein Gorilla, mobil wie ein Äffchen. Das wäre der Vortragstitel für heute gewesen. Ja, bewege ich wie ein Äffchen, stark wie ein Gorilla. Wieso ist es so wichtig, stark und mobil zu sein? Warum reicht es nicht, sich nur auf eine Sache zu konzentrieren? Warum die beiden Elemente? Das ist eine gute Frage. Ich denke, da ist wichtig erstmal zu definieren, was Mobilität eigentlich bedeutet, weil unser erstes gemeinsames Projekt war bei der Rheinbahn. Ja, also die letztendlich die Mobilität, also den Verkehr. Kurz Info, die Rheinbahn ist ein öffentlicher Verkehrsbetrieb in Düsseldorf, die also für die Busse und Bahnen zuständig sind. Ja, also die öffentliche Mobilität, also wie man von A nach B kommt, managt. Und den habe ich auch gesagt. Ja, wir haben einen Begriff, der uns verbindet. Das ist das Thema Mobilität. Aber wir definieren ihn anders. Und wenn wir ihn im sportlichen Kontext sehen oder im Kontext der Bewegung für den Körper, dann ist damit eben Beweglichkeit in einem Ausmaß gemeint, welches du wirklich kontrollieren kannst. Also ganz einfach gesagt, wir haben statisches Dehnen, wir haben dynamisches Dehnen. Und Beweglichkeitstraining an sich sollte immer irgendwie eine Komponente der Kraft beinhalten, eine Komponente der aktiven Kontrolle, der aktiven Bewegung. Und da ist schon mal so eine Sache, die gegen die normalen Vorstellungen von Leuten geht, die sagen, ja, aber mein Coach hat mir damals schon immer gesagt, soll den, den, den. Und ich weiß zwar nicht, ob das was gebracht hat, aber das macht man halt so. Nicht nur, dass das Studien zeigen, dass das nichts bringt langfristig, langfristig, egal ob im Thema Verletzungsprävention, Schmerzreduktion oder eben mehr Beweglichkeit. Da ist es einfach eine ganz einfache Gedanken, den man nachvollziehen kann, dass wir immer, egal was wir machen, eine Relation zur Kraft haben. Alleine die Schwerkraft. Das heißt, wir müssen uns immer gegen eine Kraft bewegen können. Und dementsprechend ist auch eine gehaltene Dehnung nicht das, was du im Sport vorfindest. Eine gehaltene Position ohne irgendwelchen Krafteinfluss. Das gibt es nicht. Das heißt, du sagst, also dann sind wir schon einen Schritt weiter, wenn wir jetzt schon über Mobilität sprechen, worum es ja heute geht, dass Mobility weit mehr ist, als einfach nur zu dehnen. Und du sogar eher sagst, dehnen, das passive Dehnen ist sogar eher suboptimal. Also das, was ich früher im Fußballverein gemacht habe, wäre eher kontraproduktiv. Also ich gehe jetzt laufen und ich dehne nicht vorher und auch nicht nachher. Und ich muss sagen, ich bin seit zehn Jahren da völlig schmerzfrei unterwegs. Deine Antwort, dehnen nicht so sinnvoll. Nee, weil es einfach, also erstmal erfiesenermaßen gibt es keine wirklichen Begründungen dafür, dass es hilft. Und wir haben immer einen koordinativen Anspruch auf unser muskuloskeletales System, auf unser Nervensystem vor allem. Ja, und Bewegung findet im Gehirn statt. Erstmal. Ja, also das ist die Schaltzentrale für Bewegung. Und wenn wir lernen wollen, uns zu bewegen, dann müssen wir auch gucken, wie wir unser Nervensystem mit da integrieren. Und das tun wir nicht, wenn wir irgendwie einfach nur rumliegen. In einer gewissen Weise ja. Ja, weil jetzt der ein oder andere, der vielleicht Yoga macht, sagt, ah, 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 aber Leon, wir machen ganz viel statische Ideen und Yoga ist super und so weiter. Das Einzige, was der Effekt sein könnte, dass du beweglicher wirst durch solche Dehnungen, ist, dass du dein ganzes Nervensystem einfach mal runterfährst. Dass du einfach mal entspannter wirst. Dass du in dem Parasympathikotonen Zustand, also den Teil des vegetativen Nervensystems, der für Entspannung zuständig ist, also der den Stressfaktor quasi reguliert, der Sympathikus, das ist der einzige Grund, warum man sagen könnte, okay, wir werden dadurch beweglicher. Jetzt ist aber erstmal auch überhaupt die Frage, warum quatsch ich die ganze Zeit über Beweglichkeit und Mobilität und so weiter? Weil das eine Sache ist, das ist so ein Vehikel, ein Tool, was ich nutze, um den Leuten Bewegung näher zu bringen. Das ist mein eigentliches Ziel. Leuten eine Art von Bewegung und eine Idee von Bewegung mitzugeben, die die Grenzen von, ich muss Sport machen, die die Grenzen von, ich muss ins Fitnessstudio gehen, um fit zu sein, sprengen. Weil Bewegung ist alles Mögliche. Bewegung kann im Sitzen passieren, Bewegung kann auch im Liegen passieren. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass du deinen Alltag und dein Leben etwas beweglicher gestalten solltest. Da hast du jetzt eben schon was Schönes gesagt. Du möchtest Menschen zur Bewegung verhelfen. Ich glaube, wir alle wissen mittlerweile, dass eine ausreichende Bewegung, gesunde Ernährung, alles sehr wichtig ist für unseren Lifestyle. Wenn wir uns aber so den Alltag mal anschauen, von uns jetzt nicht, weil wir jetzt keinen typischen Bürojob wahrscheinlich haben. Aber wenn ich jetzt mir meinen Vater anschaue, der jetzt im Rentenalter ist, aber noch vor ein paar Jahren gearbeitet hat, der ist dann morgens aufgestanden, hat gefrühstückt, saß dabei, ist mit dem Auto sitzend zur Arbeit gefahren, saß den ganzen Tag am Arbeitsplatz zum Essen, ist er sitzend dann in die Kantine gegangen, nach Hause gefahren und dann sitzend auf der Couch Fernsehen geguckt. Einige gehen sogar noch Sport machen, sitzen, Fahrrad fahren. Also der Alltag sieht ja anders aus, als das, was wir eigentlich wissen. Was würdest du sagen, was passiert denn, wenn wir uns nicht ausreichend bewegen am Tag? Was passiert mit uns? Was passiert mit unserem Körper? Vielleicht schaffen wir es ja sozusagen, dass der ein oder andere sagt, okay, komm, der Leon und Jonas, geiles Interview, ab morgen oder ab heute sogar starte ich damit. Das wäre auf jeden Fall schön. Das ist eine schöne Frage, denn ja, wir sehen es immer mehr, das Sitzen, 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 unseren Alltag bestimmt. Ich würde noch mal kurz unterbrechen, das ist ja nicht sogar nur das Sitzen, sondern ich glaube, es ist ja immer das vermehrt bequemere und ein bisschen mehr faul zu werden. Wenn ich jetzt an den Aufzug denke, an die Rolltreppe, an die, wie nennt man jetzt diese, E-Scooter und und und. Genau, es ist letztendlich auch wieder so die Grundeinstellung dahinter, die Grundmotivation, das Verhalten, was dahinter liegt und eines meiner Mottos ist, how you do anything is how you do everything. Also, wie du eine Sache machst, so machst du auch andere Dinge. Das heißt, wenn du immer nach einem Sitzplatz suchst, wenn du in die Bahn gehst, wenn du irgendwo im Wartezimmer bist und dort warten musst, wenn du beispielsweise auch die Möglichkeit hast, im Klassenraum zu sitzen oder zu stehen und deine erste Intuition ist, ich muss mich hinsetzen, weil es ist entspannter, dann hast du diese Einstellung, diese Grundeinstellung auch gegenüber anderer Themen in deinem Leben, lieber den bequemen Weg zu gehen, als den Weg, der vielleicht etwas gesünder ist, der durchaus anstrengender ist, aber der viel mehr Früchte trägt. Nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, was macht es denn eigentlich mit uns? Naja, unser Körper degeneriert werden wir ihn nicht benutzen. Unser Körper verfällt. Degeneriert hast du? Degeneriert, ja. Was meinst du damit? Degeneriert ist eigentlich der Verfall. Also, dass wir abbauen und nicht aufbauen. Dass wir unser Potenzial, was wir eigentlich haben in unserem Körper, und damit meine ich nicht, und das missverstehen vielleicht viele, weil sie mich im Handstand sehen, im Spagat und irgendwelche schwere Gewichte bewegen. Das ist, weil ich jung bin, weil mir das Spaß macht, weil ich einfach gucken will, wo sind meine wirklichen sportlichen Grenzen. Die habe ich immer gesucht und die suche ich auch in anderen Domänen immer wieder. Das bedeutet aber nicht, dass du das machen musst, damit du dich gesund in deinem Alltag bewegst. Du musst keinen Spagat können. Du musst meinetwegen auch nicht unbedingt eine Hocke können. Das, was viele Leute sagen, ja, ein Squat, eine Hocke, eine tiefe Hocke. Aber die Grundeinstellung sollte sein, dass du dir nicht immer den bequemen Weg suchst und nicht immer sagst, was kann ich denn jetzt machen, um möglichst entspannt und locker und gechillt zu sein, weil irgendwann dreht sich dieses entspannt und locker und gechillt um in, oh scheiße, alles, was ich mache, was ein bisschen darüber hinausgeht, tut weh. Und das ist eigentlich etwas, was so einfach zu vermeiden ist, durch kleine Entscheidungen, die nicht links lang gehen und den bequemen Weg, sondern rechts lang gehen und den etwas, etwas anstrengenderen Weg. Das heißt, bei Bewegung, Mobility ist ja eher vielleicht auch das Problem, dass du es nicht immer direkt in diesem Moment merkst, warum es jetzt gut ist, das zu machen. Klar, Dopamin wird ausgeschüttert, ich fühle mich nach Laufen gehen immer besser. All diese Effekte gibt es, aber was du ja eben auch meintest, mit Schmerz, und dass wir dann nicht mehr so flexibel sind, das merken wir ja erst ein paar Monate später, ein paar Jahre später. Und bei mir ist noch so im Kopf noch so verankert ein Bild, was du wunderbar mal erzählt hast. Weil bei mir ist es nicht so, wenn ich in die Bahn steige, ist es nicht so die Ausschau nach dem Sitzplatz, sondern eher so, geil, ich will stehen, weil ich halt weiß, wofür das alles gut ist. Du hattest nämlich damals gesagt, warum gehen ältere Menschen ins Altersheim? Und das ist nicht, weil sie verrückt sind oder weil sie irgendwie geistig nicht mehr flexibel sind oder nicht mehr mithalten können, sondern es ist eher, und das fand ich so passend, diese Vorstellung, weil sie nicht mehr selbstständig auf die Toilette gehen können, weil sie nicht mehr runterkommen sozusagen oder wie in einem Squat auch wieder hochkommen. Richtig. Und das müsste doch eigentlich für jeden die Motivation sein, zu sagen, ey, ich nehme die Treppe, ich versuche mich so oft wie möglich zu bewegen, oder? Ja, du kannst motiviert werden durch zwei Dinge, durch Inspiration oder Desperation, through Inspiration oder Desperation, also Inspiration oder Verzweiflung. Also die Verzweiflung davor, dass man sagen kann, oh Gott, ich will nie in diese Situation kommen, nicht mehr selbstständig für mich sorgen zu können, ja, oder die Angst davor zu haben, dass man irgendwo alleine gelassen wird, weil man kennt es von alten Leuten, die hinfallen, Oberschenkel, Halsbruch und dann liegen sie drei Stunden in der Wohnung, weil sie nicht zum Telefon kommen. Und das ist eine Sache, da wird es einem erstmal schwer ums Herz, man denkt sich so, oh, shit. aber langfristig daraus Motivation zu ziehen, das muss jeder für sich finden, ob so eine negative Art und Weise darauf zu gucken, wirklich langfristig hilft. Ich finde immer eigentlich schön, auf die Seite auch zu gucken, weil das ist definitiv ein Teil des Lebens und das wird durchaus sehr, sehr weggeschoben, so wie die Eltern dann ins Altenheim geschoben werden. Ich habe das aber sehr stark erlebt, natürlich durch meine Physiotherapie, durch mein Physiotherapie-Studium, dass ich in Altenheim war, dass ich in geriatrischen Einrichtungen war, im Krankenhaus und so weiter und halt gesehen habe, wie sehr die Leute verkommen. Und das sage ich so, weil es so ist, das ist keine Beleidigung, sondern es ist einfach, dass sie schlechte Entscheidungen getroffen haben in ihrem Leben, was Bewegung angeht und ja, ich, Jungsprung, kann das so einfach sagen, du bist nicht in einer Zeit von Krieg aufgewachsen, etc. pp. Das verstehe ich alles, aber es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt immer die Leute, die hingegangen sind und gesagt haben, gut, ich mache da jetzt etwas draus, egal, was die Umstände einem geben oder diejenigen, die den Grund dafür gesucht haben oder die das als Grund genommen haben, noch weniger zu tun. Ah ja, uns ging es ja so schlecht. Ah ja, wir hatten ja so wenig. Ah ja, lieber lebe ich jetzt komfortabel, weil ich konnte das die ganze Zeit nicht. Ja, aber es sind dann diejenigen, die dann am Ende mehr und mehr und mehr Probleme bekommen. Und das ist vielleicht auch nicht so greifbar für uns, weil wir sagen, ja, ja, wir sind hier im Alltag, sehen vielleicht die ein oder andere ältere Dame am Rollator und so weiter, aber das ist nicht so greifbar. Wie viele Probleme die eigentlich haben, das müsste man eigentlich mal verstehen oder kann man nur verstehen, wenn man mal einen Tag im Altenheim verbringt, einen Tag im Krankenhaus verbringt oder was auch immer. Da gibt es natürlich die Menschen, die es aber natürlich jetzt aktuell schon spüren. Das sind ja die, die Schmerzen haben, die irgendwie in den Kniegelenken Schmerzen haben, im Rücken Schmerzen haben, sich nicht mehr richtig bücken können. Ich habe viele Freunde, die gewisse Sportarten nicht mehr ausüben können, ob das jetzt Bandment spielen ist oder laufen gehen, weil halt die Gelenke es in dem Sinne nicht mehr mitmachen. Was würdest du diesen Menschen raten, die also jetzt Schmerzen haben, eher zu sagen, manche sind ja dann so, okay, ich habe Schmerzen, ich mache jetzt nichts mehr oder ist es nicht eher das Gegenteil zu sagen, gerade weil ich die Schmerzen habe, muss ich jetzt sozusagen dagegen angehen, damit die wieder weggehen. Was ist so deine Empfehlung für die, die sagen, oh, mein Rücken, meine Hüfte, meine Kniegelenke, da schmerzt es. Das ist eine schöne Perspektive, weil dann kommen wir nämlich auch zu denjenigen, die letztendlich noch sehr, sehr viel machen können. Jeder kann sehr viel machen. Auch meine Oma macht noch Übungen. Aber da ist letztendlich ein Gedanke, denke ich, sehr hilfreich. Und zwar, wie viel von dem, was du gerade nicht mehr machen kannst, ist wirklich schmerzbehaftet? Also welche Bewegungen tun wirklich weh? Und wie viele Bewegungen kannst du machen, die nicht wehtun? Und gerne kommen wir dahin, weil wir Gewohnheitstiere sind, dass wir sagen, na, mein Knie tut beim Laufen weh. Ich kann jetzt keinen Sport machen. Ich kann jetzt nichts machen. Das ist halt so. Und dann wird ganz schnell gesagt, ja gut, dann bleibe ich halt zu Hause. Aber wie viele Dinge möglich sind, innerhalb des Bereiches, der schmerzfrei ist, das sind meistens 95 Prozent, der schmerzfrei ist, der Rest des Körpers, egal ob du dann ins Fitnessstudio gehst und Oberkörper trainierst, zu Hause ein paar Liegestütze machst, wenn du kein Fitnessstudio machst, oder einfach nur spazieren gehst. Das ist so eine Einstellung, die deswegen sagte ich ganz am Anfang, dass wir davon wegkommen, dass wir Sport immer mit Bewegung gleichsetzen. Das ist eine Einstellung, die ich eigentlich viel mehr vermitteln will, ist, es geht um Bewegung. Also schau, dass du regelmäßig auf einer kontinuierlichen und vielleicht progressiven, also etwas steigernden Schwierigkeit dich bewegst. Das heißt einfach, ich gehe am ersten Tag fünf Minuten vor die Tür und gehe spazieren. Wenn das schmerzfrei ist, dann gehe ich nicht drei Kilometer oder fünf Kilometer oder zehn Kilometer laufen, dann gehe ich nur vor die Tür und gehe 20 Minuten spazieren. Ja, aber Leon, das bringt doch nichts. Naja, meinst du, es bringt was, wenn du dann zwei Stunden zu Hause rumhockst und da einfach bleibst, nicht nur die Dinge, die du durch die Bewegung bekommst, sondern auch, ne, die Dinge, die durch die, ähm, durch die, durch die Umwelt, durch das Rausgehen, durch die Sonne, durch, selbst wenn die Sonne nicht scheint, nimm dir einen verdammten Regenschirm mit. Ja, und mein Gott, wie oft bist du als Kind durch den Regen gelaufen und fandest das super, aber nie als Erwachsener, direkt Label, 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 wo ist schon wieder schlechtes Wetter draußen. Ja, es ist ein gelerntes Verhalten, es ist ein gelerntes Verhalten, was dir letztendlich die Möglichkeit nimmt, dass du die Dinge nutzt, die dir gegeben sind, dass du dir rausgehst und einfach die Straße ausnutzt als Weg, um dich zu bewegen. Aber was würdest du trotzdem jetzt den Menschen sagen, die sagen, okay, ich kann irgendwie meine, die eine Bewegung kann ich nicht mehr machen, weil es dann irgendwie schmerzt, also ist es dann eher gegen den Schmerz angehen oder würdest du sagen, okay, nicht weiter und sondern dann lieber aufhören? Ja, das ist eine gute weiterführende Frage, weil, ähm, vom Rahmen her ist es erst mal so, geh nicht in den Schmerz rein, ja, also vermeide die Bewegung, die wirklich den Schmerz hart provozieren. Ähm, da gibt es ein oder andere, die auch auf YouTube durchaus sagen, na, du musst in den Schmerz und eine Skala von 8, von 10 und nicht 9, von 10 und so weiter, ähm, wer sich mit dem Thema Schmerz und Schmerztherapie schon mal auseinandergesetzt hat, der wird wissen, wen ich meine, das finde ich, ist ein sehr schlechter Rat. Warum? Relativ simpel. Weil, wenn du den Schmerz forcierst, dann wird auch das Hirnareal, was letztendlich diesen Schmerz verarbeitet, immer wieder aktiviert und immer wieder aktiviert. Und ebenso wird dieser Schmerz dann ein gelerntes Verhalten. Und, dass man in den Schmerz reingeht, ist an sich nicht das, was wir haben wollen, weil, worin willst du besser werden? in dem Schmerz oder in der schmerzfreien Bewegung? Und, äh, dementsprechend such dir, das, was ich eben sagte, mit den 95%, ja, das ist jetzt keine Nummer, an die man sich halten sollte, das ist eine, äh, letztendlich das Konzept, was ich damit vermitteln will, halte dich an die paar Prozent, die schmerzfrei sind, bewegt dich da rein, bewegt dich viel in und um diesen Bereich, der weh tut. Und, dann ist es aber natürlich so wichtig und das ist das, was wir machen oder was ich mache in meinem Coaching, wirklich zu gucken, woran liegt es, dass dieser Schmerz da ist. Ja, weil, es gibt so viele Dinge, die mit Schmerzen zu tun haben, als nur, meine Schulter tut weh, also ist meine Schulter das Problem, weil ich bekomme so viele Nachrichten, Leon, ich habe ein MRT machen lassen, meine Schulter tut seit, äh, tut seit zwei Monaten, drei Monaten füllbeliebige Zahl ein. Beliebigen Zeitraum. Tut XYZ weh. Und, ich habe mir MRT machen lassen, da ist aber nichts. Aber die tut weh. Und der Arzt, der glaubt mir nicht. Der sagt, ja, wir machen sie Pause, hier Schmerzmittel oder ja, wir können spritzen, ne, und halt immer so diese klassischen Behandlungen und, dabei sollte man aber verstehen, dass Schmerz halt ein Prozess im Gehirn ist, der, und damit nicht missverstehen, dass dein Gehirn das Problem ist, sondern, im Gehirn wird der, Schmerz verarbeitet und letztendlich dir dann auch, ähm, je nachdem, ob es das Problem ist oder nicht, ähm, oder wie weit das Problem ist, wird er für dich wahrnehmbar, ja, das heißt, es kann sein, dass du einen Bandscheibenvorfall hast, du aber gar keine Probleme hast. dementsprechend auch das MRT. Es ist nichts zu sehen, aber du hast trotzdem einen Schmerz. Das MRT ist erstmal nur ein Bild vom Gewebe. Das heißt aber noch nicht, dass ein Zusammenhang bestehen muss zwischen dem Schmerz, den du hast, und dem, was du auf dem MRT siehst. Es gibt ganz viele Studien, die an schmerzfreien Patienten gemacht wurden. Also, dementsprechend eigentlich keine Patienten, ich verspreche mich da immer wieder, aber, an schmerzfreien Menschen gemacht wurden, im Alter von 20 bis 80, sehr hohes Altersspektrum, ja, sehr viele da mit in die Studie eingenommen und die haben untersucht, haben die denn irgendetwas? Die haben ja keine Schmerzen. Haben die etwas? Und was kam raus? Arthrose, Facettgelenks, also die Gelenke an der Wirbelsäule, Facettgelenksdegeneration, generell Degeneration, Bandscheibenvorfälle, Bandscheibenvorwölbungen, Meniskusrisse, also an Knie, Schulter, was auch immer. Und all diese Geschichten, bei denen man eigentlich denkt so, hä, die müssen auch Schmerzen haben. Was ist das denn? Das kann doch nicht sein. Und ja, aber Leon, mein MRT sagt doch dies und jenes. Und ich sag jetzt nicht, dass ein MRT immer falsch ist, nicht falsch verstehen. Sondern, was ich sage ist, dass man nicht immer das, was man auf dem MRT sieht, direkt als Begründung und Ursache für seinen eigenen Schmerz sehen sollte. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was man machen kann bei so einem Schmerz ist, das macht man eine vernünftige Analyse macht. Und das ist das, was ich, wie ich mein Coaching aufgebaut habe, ist, dass eine ganze Evaluation stattfindet von deinem ganzen Körper. Weil, dass du Schmerzen an der Schulter hast, kann auch an der anderen Körperhälfte liegen, um es ganz einfach mal zu sagen. Es kann auch daran liegen, dass du eine alte Verletzung an deinem Handgelenk hattest. Es kann daran liegen, dass du irgendwo noch bestimmtes Narbengewebe hast, was nicht gut nachbehandelt wurde. Und, by the way, ich werde im April jetzt ein Video zum Thema Narben machen, by the way, 99% der Narben werden nie nachbehandelt. Wenn der eine oder andere Zuhörer jetzt denkt so, an seine Narbe, die er irgendwo hat, durch eine OP, durch eine Verletzung, durch eine Schnittwunde, das kann alles sein. Dann ist das etwas, was man sich anschauen sollte. Und nachbehandeln, wie gesagt, das werde ich intensiv in dem Video besprechen, was man machen kann, aber es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die zu Schmerzen führen können. Und was man machen sollte, ist, dass man es sich vernünftig anschaut und vernünftig analysiert, statt nur hinzugehen und sagen, ey Doc, ich habe hier, meine Schulter tut weh. Und wir wissen, dass viele Ärzte keine Zeit haben. Und das ist nicht, dass das schlechte Ärzte sind, sondern dass das System denen einfach, und ich habe eine sehr intensive Diskussion mit meinen Followern mit der Monkey Gang auf Instagram geführt, als ich einen Beitrag darüber geschrieben habe. Und da kamen sehr, sehr gute, also über 100 Kommentare von verschiedensten Leuten, auch Leuten, die in der Versicherung arbeiten, selbst Leute, die Ärzte sind und so weiter. Und Credo war eigentlich, dass halt das System natürlich die Ärzte, System im Sinne von Ärzte, System, Krankenkassensystem, etc. pp. einfach zu dieser kurzen Behandlungszeit zwingt. Die haben halt nicht mehr Zeit. Das heißt, was besteht für eine Möglichkeit? Nimm dir die Möglichkeiten, die Ärzte, die Therapeuten, ja, mit meinetwegen Physio oder sonst was, aber frag die mal danach, hey, wonach kann ich noch schauen? Ja, was kann ich noch machen? Woran könnte es noch liegen? Ja, haben sie etwas gesehen, was man noch machen kann? Vielleicht etwas Alternatives oder was auch immer. Jetzt sind wir sehr, glaube ich, sehr abgeschweift. Ja, das passiert bei mir häufiger. Ich sage zu meinem Cutter immer, ey, Marvin, pass auf, wird ein Fünf-Minuten-Video, wird dreimal so lang. Ich versuche den Leon jetzt gleich nochmal in die richtigen Bahnen zu geben, aber wir haben, okay, wir haben darüber gesprochen, nicht in den Schmerz reinzugehen, sondern um den Schmerz herum sozusagen zu arbeiten. Jetzt gibt es natürlich auch super viele, die da draußen, die noch gar keine Schmerzen haben, so wie ich, toi, toi, toi. Ich hatte nie irgendwelche großen Probleme. Kein Problem, das können wir ändern. Und trotzdem sich natürlich bewegen wollen, trotzdem Mobility machen wollen, weil wir ja natürlich merken, okay, wir sitzen viel, wir bewegen uns heute vielleicht nicht so viel, deswegen wäre jetzt meine Frage an dich oder der Zeitpunkt für die Zuhörer, die können das ja nicht sehen, Leon geht jetzt in einen tiefen Squat und spricht so mit mir weiter. Sehr schön. Dafür ist das Ding da. Weil jetzt wäre nämlich die Frage, Mobility kann man sehr viel in Theorie besprechen. Ich glaube aber, dass man auch sehr praktisch da vorgehen kann. Und jetzt würde ich dich einfach fragen, was kann man eigentlich im Alltag machen für ein, zwei Übungen, wenn man den ganzen Tag sitzt, viel Auto fährt, viel auf der Arbeit gesessen hat, um sozusagen seinen Rücken, um seine Brust, seine Schultern wieder zu mobilisieren. Jetzt kurz der Hinweis für die Zuhörer, aber wir würden natürlich an der Stelle jetzt schneiden, einen Cut machen, weil das jetzt nicht so viel bringen wird, wenn wir das theoretisch noch erklären. Ihr könnt aber gerne im Nachgang oder sogar jetzt währenddessen zu YouTube rüber gehen, denn dort wird das Video online sein und ihr werdet die Übungen dann sehen. Von daher, jetzt für den Podcast machen wir einen kurzen Schnitt und kommen dann gleich wieder zurück. So, Leon, also dann zeig mal so ein, zwei Übungen. Was können wir machen, wenn wir jetzt merken, wie jetzt auch, wir saßen jetzt ungefähr eine halbe Stunde, was können wir für unseren Körper Gutes tun? Soll ich das Mikrofon für dich halten oder kriegst du es so hin? Ja, ich mach das mal so. Relativ simpel. Ich hab mir überlegt, dass wir das im Sitzen weitermachen, weil die meisten im Büro sitzen und so weiter. Vielleicht jetzt gerade nicht zur Corona-Zeit. Aber viele ja auch zu Hause sitzen und wissen überhaupt gar nicht, was sie jetzt zu Hause machen sollen. Von daher sind das jetzt vielleicht gute Impulse. Also, was machen wir? Spine first. You are as old as your spine. Klassiker. Du bist so alt wie deine Wirbelsäule. Die alten Chinesen wussten es schon, was wir zuerst machen ist und da nehme ich immer ein Prinzip und zwar das Falten des Körpers. Was meine ich damit? Damit meine ich immer aus dieser aus diesen halben Positionen mal rauszukommen. Das heißt, Wirbelsäule zuerst. Wir gehen einfach nur Wirbel für Wirbel mal so weit runter wie es geht. Das heißt, die Beine ein bisschen breiter aufsetzen, dein Becken erstmal nach vorne kippen und dann Wirbel für Wirbel mal runtergehen. Du kannst deine Arme so auf der Brust verschränken und dann einfach mal versuchen, nicht nur dich nach vorne zu lehnen, sondern auch wirklich rund zu machen. Rund, 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 und deine Bauchmuskulatur mitzunehmen und dann auch rund, 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 nach oben dich zu strecken und wenn du kannst, dann ein bisschen weiter nach hinten zu strecken und wichtig, nur aus dem oberen Bereich mal versuchen, nicht jetzt hier ins Hohlkreuz abhauen, also nicht dein Becken weiter nach vorne schieben, sondern Becken bleibt und du versuchst dich eigentlich nur nach hinten zu lehnen und du solltest so zwischen den Schulterblättern merken und dann wieder Wirbel für Wirbel rund werden, rund werden, rund werden, rund werden und ja, das geht bei dem einen oder anderen nicht so weit, aber ist nicht schlimm. So wie bei mir und von hier jetzt auch wirklich, wenn du hochkommst, dein Becken nach hinten kippen, damit meine ich, dass du dir vorstellst, du hast hier so zwei Höcker, aber wenn du dich auf deine auf deine Hinterbacken mal mit der Hand setzt oder auf deine Hände setzt, dann merkst du da so einen Knochen, ja, den rollst du nach hinten, du rollst ihn nach hinten, indem du im unteren Bereich rund wirst, das merkst du wirklich, wenn du dich da mal drauf setzt, so und dann halt wirklich rund werden, rund werden, rund werden und dann wieder aufrichten, ja, das wäre eigentlich so mal simpel, dann stellst du die Beine ein bisschen enger zusammen, nimmst, du kannst es machen, wie du willst mit den Händen, das ist jetzt erstmal nur so eine Idee, wie es relativ simpel geht, nimmst die Hände so zusammen, kommst hier zum Knie, so, blockierst dich hier, nicht das Knie reindrücken, sondern dein Knie außen halten, genau, und jetzt drehst du dich mit dem anderen Arm auf und ausatmen, warum ausatmen, weil du dann meistens ein bisschen mehr in die Drehung kommst, versuch dich mal hier rauszustrecken aus der Schulter, hier raus, genau, dass deine Schulter nicht so am Ohr klebt, sondern Ohr und Schultern weg und du kannst dich jetzt noch versuchen, mit deinem Bein ein bisschen weiter rumzudrücken, ja, das gleiche auf der anderen Seite, rum und dann und schön nachgucken, hier, stabil bleiben, Knie gegen den Elbogen drücken, Mensch, Morning Yoga auf der Dachterrasse, das wäre so das zweite für die Wirbelsäule, weil beugen und strecken und rotieren, ja, und schon merkst du vielleicht so, oh, okay, das fühlt sich ein bisschen anders an, ja, wir wollen jetzt nicht hier super krass beweglich werden durch eine einzige Jüngung, weil das geht nicht, ja, aber das, worauf du achten solltest, ist, okay, wie fühlt sich das danach an, weil das ist etwas, das wäre ja auch die Motivation zu sagen, ich sitze die ganze Zeit am Laptop, arbeite die ganze Zeit und man merkt so nach einer halben Stunde, Stunde, okay, vielleicht sollte man die Position mal ändern und es sind ja wirklich nur ein, zwei Minuten, aber ich glaube, bei vielen Menschen macht es halt nicht diesen, dieses Klick, zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt diese fünf Minuten Zeit, weil man denkt, dass man in den fünf Minuten, könnte man ja noch irgendwelche To-Dos erledigen, noch irgendwelche Anrufe machen oder irgendwelche Mails beantworten, aber man denkt, jetzt mal überlegt, zu selten an sich. Genau, wenn du das, dieses kleine, vielleicht zwei, drei, vier, fünf Minuten, wir machen ja jetzt gleich noch ein, zwei andere Übungen, aber wenn du diese Sachen einfach mal einbaust in deinen Alltag, was glaubst du, wie du dann nach Hause kommst? Kommst du dann wirklich platt nach Hause, weil dein Körper auch die ganze Zeit sagt so, nee, ich will einfach nur ins Bett oder auf die Couch. Das Schlimme ist ja, wir sitzen ja den ganzen Tag und kommen nach Hause und haben dieses Gefühl, oh, wir müssen uns auf die Couch setzen, weil wir ja so kaputt sind, obwohl das ja genau kontraproduktiv ist. Einfach, weil bestimmte Hirnareale so überlastet sind, die die ganze Zeit mit organisieren, Prozesse verarbeiten, rationales, logisches Denken, die einfach so overworked sind, die ganze Zeit auch durch die Bildschirme, die wir angucken, dass andere Areale, die haben wir motorische Areale, sensorische Areale, also die Areale im Gehirn, die für Bewegungsverarbeitung, die für das Gefühl auf der Haut und so weiter zu verantwortlich sind, die sind sowas von unterstimuliert, das andere ist sowas von überstimuliert, dass du denkst, du bist total platt, aber es ist eigentlich nur ein Teil deines Gehirns, was total platt ist, nämlich das für rationales, logisches Denken, präfrontaler Kortex und so weiter, aber wenn du dann dich bewegst und ich wette mit dir, ich wette es mit dir, egal wie platt du bist, egal wie platt du bist, ist mir also wirklich ganz egal, weil ich das von mir kenne, ich arbeite auch sehr viel am Laptop und so weiter, auch wenn ich einen Beruf habe, der an sich sehr viel mit Bewegung zu tun hat, aber wenn ich dann einfach nur ins Gym gehe und deswegen sage ich, es geht nicht darum, dass du Sport machst, sondern dass du dich bewegst, geh einfach nur ins Gym und nimm dir fünf Minuten Zeit, meinetwegen sperre dich in deinem Zimmer ein und nimm dir dort fünf Minuten Zeit und fang einfach nur an dich zu bewegen, ohne irgendein Ziel, ohne dass du sagst, ah, ich muss jetzt hier groß Muskulatur aufbauen Das ist sogar eine ganz tolle Morgenroutine von dir, das hatte ich letztens in einem Video gesehen, fand ich super, glaube ich, können wir auch sehr empfehlen, beziehungsweise wir müssen jetzt auch, ich mache kurz hier einen Cut, weil wir müssen ja die Zuhörer des Podcasts wieder bekommen, von daher kurz einen Cut. So, fünf Minuten, sieben Minuten später, Leon und ich sitzen immer noch hier, wir haben gerade zwei tolle Übungen gemacht für unsere Wirbelsäule, also hier nochmal der Hinweis, wenn ihr die Übungen sehen wollt, einmal kurz in den Shownotes oder auf YouTube euch das Video anschauen und gerade wollten wir darüber quatschen oder haben darüber gesprochen, dass wir ja sehr platt sind häufig nach einem Arbeitsalltag, nach Hause kommen und weil wir so platt sind, denken, wir sollten jetzt auf die Couch und uns entspannen, obwohl das ja genau das Kontraproduktive für unseren Körper ist. Ich fasse kurz noch zusammen und er hatte Leon jetzt einen tollen Hinweis, weil er gesagt hat, genau in diesem Moment sollten wir uns irgendwo einsperren im Zimmer, sollten ins Gym gehen und gar kein Sport, Fitness machen in dem Sinne, sondern sich wirklich einfach nur zu bewegen und da war kurz mein Hinweis und da kannst du es nämlich jetzt weiter ausführen. Du hast nämlich daraus irgendwie meines Erachtens eine ganz tolle Morgenroutine gemacht, die ich letztens gesehen habe, wo du dein Lieblingslied angemacht hast und dazu in dem Sinne getanzt hast und jeden Wirbel, jedes Gelenk bewegt hast und das fand ich eigentlich eine ganz tolle Routine oder eine ganz tolle Übung, die man doch nicht nur morgens, sondern auch dann abends machen kann. Absolut, ja. Ich finde Musik oder einfach Musik mit Bewegung zur Verbindung ist genial. Eine kleine kurze Geschichte dazu. Ich war vor zwei Jahren, habe ich Capoeira gemacht, habe zumindest das mal so für drei Monate ausprobiert. Ich glaube, das kennt jeder, das muss man nicht erklären, das ist ein brasilianischer Kampfschwort. Genau, Kampftanz. Kampftanz. Und beim Capoeira ist es halt so, dass wir sehr viel Musik in der Gruppe, wir werden Instrumente, es wird geklatscht und so weiter, mit eben Bewegung verbindet oder es ist einfach, es gehört dazu. Und wir waren auf dem Grüngürtel hier in Köln und es war so anfängliche Sommerzeit, das heißt so das erste Mal Training draußen und wir alle haben dieses warme Wetter genossen und haben gesagt, hey, es ist super, dass wir endlich uns draußen bewegen können, weil ja, es macht einfach draußen einfach mehr Spaß und mehr Freude, sich zu bewegen als drinnen. Und deswegen verstehe ich jeden, der sagt, er mag so Fitnessstudio-Atmosphäre nicht. Und als wir dann dort in dieser, das nennt sich Chorda, also die Gruppe, die dann den Kreis bildet, um diejenigen, die in der Mitte, die zwei, die dann miteinander kämpfen, als wir dann angefangen haben und eben die Musik, den Rhythmus angefangen haben und dann singt man auch dazu und plötzlich merke ich, wie so ein, zwei Leute von der Ecke, von der Ecke, von der Ecke kommen und wir selbst waren eine Gruppe von ca. 20 Leuten und dann habe ich mal so einen Schritt zurück gemacht und habe so geguckt, was für Leute gucken eigentlich zu? Und es war super schön zu sehen, dass es Kinder wie Erwachsene, Alte wie Junge, egal welcher ethnischen Herkunft und von welcher Kultur auch immer, alle möglichen Leute waren dort und haben sich das angeguckt und waren fasziniert und haben fast schon mitgeklatscht, der eine oder andere, auch wenn er es nicht kannte und das war einfach so schön zu sehen, dass Musik und Bewegung Menschen irgendwie verbindet, egal welcher Herkunft du bist, egal welcher Religion du folgst, egal was auch immer, weil das ist sowas, finde ich, rein Natürliches, sowas Menschliches und wenn du das nutzt für dich morgens, einfach Musik anmachen, ich glaube, jeder kennt das Gefühl und jeder hat irgendwie, egal wie musikalisch oder unmusikalisch er ist, dass er so ein, zwei Musikstücke hat, bei denen er so merkt, so, ich komme in den Groove, ich komme in den Flow und dieses Gefühl einfach mitzunehmen und das einfach mal, genauso wie die Lautstärke, vielleicht nicht unbedingt den Nachbarn wecken, aber dreh einfach auf, was du an kleiner Bewegung spürst, dreh das auf und mach es quasi laut, mach es groß. Genau und ganz wichtig ist, jetzt nicht wie in einem Club irgendwie tanzen, sondern wirklich, ich mache das wirklich ab und zu zu Hause, selbst wenn, aber es geht ja eher darum, wirklich mal versuchen, jedes Gelenk, jeden Wirbel sozusagen mal anzuschauen beziehungsweise einfach mal zu bewegen, also selbst Ausführung, wo man denkt, wie sieht das jetzt aus, ist ja völlig egal, weil du bist ja in deinem Zimmer, eingeschlossen, aber einfach mal wirklich von oben bis Fuß, genau, also völlige Ekstase. Ich glaube, es ist schwierig für diejenigen umzusetzen, wenn ich sage, einfach bewegen, wenn du diese Erfahrung selbst für dich noch nicht gemacht hast, sondern es ist nichts Spirituelles, es ist einfach nur just fucking move. Man könnte auch sonst nur springen wahrscheinlich. Ja, natürlich, ich habe auch ein Mini-Trampolin unten, du kannst auch springen, du kannst auch hüpfen, du kannst auch einfach nur Wirbelsäule beugen und strecken die ganze Zeit, meinetwegen, do you. Aber das, was damit eigentlich gemeint ist, ist, dass wir loskommen von dem, okay, ich muss das können und das muss so sein und die perfekte Ausführung einer Kniebeuge und ja, so ja, technisch sauber, wenn du irgendwie dich belädst mit Gewichten oder was auch immer, aber befreie dich davon, dass das die einzige Art der Bewegung ist, die du machen kannst und befreie dich davon, dass du immer den Rücken gerade halten musst, wenn du irgendetwas aufhebst. Warum ist das das Problem, wenn Leute mit gebeugtem Rücken etwas aufheben? Weil sie es nie trainieren. Das ist nicht, dass das schlecht ist und dass deine Wirbelsäule irgendwie rausfliegt und deine Bandscheibe irgendwie hinten gegen die Wand klatscht, was der eine oder andere sagt. Hier, mein Wirbel ist ausgesprungen, mein Wirbel ist ausgerenkt, mein ESG hat sich verhakt, bla bla bla. Das gibt es nicht. Das funktioniert so im Körper nicht. Wenn, dann hast du ein ganz schönes Problem. Und auch ein Chiropraktiker renkt dich nicht ein. Aber sagst du das, also es kommt ja schon bei den Übungen ein bisschen auf die Technik an, aber sagst du jetzt wirklich, dass du sagst, lieber die Übungen machen, auch wenn sie nicht 100% richtig sind? Hatte ich das jetzt richtig verstanden von dir? Ich bin kein, nee, ich bin kein Befürworter für schlechte Ausführungen. Das heißt, wenn du Dinge machst, wenn du deinen Körper in eine Belastungsphase bringst, das heißt, du willst Muskulatur aufbauen, du willst Sachen wie Bodyweight Training machen, Liegestütze oder so, dann ist es schon durchaus erstmal richtig und wichtig, Qualität vor Quantität. Also erstmal die technische Ausführung zu beherrschen, zu wissen, was für einen Gelenkswinkel muss ich einnehmen, um auch wirklich meine Brust zu trainieren und nicht meine Schulter irgendwie zu verletzen oder um auch gelenks erhalten zu arbeiten und nicht gelenks verschleißend. Aber, wenn wir jetzt sowas hinkommen wie so eine Morgenroutine und ich sage, ich drehe die Musik auf und ich soll mich einfach bewegen, dann geht es nicht darum, dass du irgendetwas großartig falsch machen kannst. dann haben wir uns richtig verstanden. Es gibt Leute, die sich beim Schnürsenkel zu binden einen Hexenschuss bekommen. Aber das zeigt dir einfach nur, wie degeneriert du bist, was ich am Anfang gesagt habe und das ist keine Beleidigung, sondern eine Motivation dazu, diesen Zustand zu verbessern. Wir hatten sogar, da will ich sogar kurz eine Brücke machen, weil wir ja auch gerade darüber gesprochen haben, wie schaffen wir es, die Zeit für uns zu nehmen, diese Motivation. Da will ich kurz einmal eine Brücke zu Körs. Wir hatten Körs in unserem Interview und er hat eine ganz tolle Übung gemacht und ich finde, das passt auch jetzt für Mobility und als Erinnerung einfach, weil die Folge schon ein bisschen her ist, würde ich sie nochmal kurz erklären. Und zwar hat er einfach nur gesagt, was, also wir nehmen uns einen Zettel und stellen uns die Frage, was würde passieren, worst case hat er es gesagt, worst case, was würde passieren, wenn wir uns die, sagen wir jetzt mal, das sind fünf oder zehn Minuten ja nur, die wir gerade sagen, wenn wir uns die nehmen würden, wir müssen die ja uns irgendwo wegstreichen oder entfernen. Was würde worst case dann passieren, auf der Arbeit oder oder, wenn wir jetzt sozusagen die fünf oder zehn Minuten uns da wegnehmen würden, alles aufschreiben. Und dann hat er aber gesagt, dann einen auf eine andere Zettel schreiben, auch worst case, was würde denn passieren, wenn wir uns nicht die fünf oder zehn Minuten nehmen würden, auch worst case, runterschreiben und sich dann mal beide worst case anschauen und dann mal wirklich sich zu überlegen, was ist mir jetzt gerade wichtig und sind wirklich die fünf oder zehn Minuten, die ich jetzt weniger arbeite oder mal nicht die Mail schreibe, ist die wirklich ausschlaggebend dafür, dass ich gekündigt werde und 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 oder kommt es nicht eher darauf an, wenn ich die fünf oder zehn Minuten mir nicht nehme, wie du es gerade gesagt hast, dass ich Schmerzen bekomme, dass ich nicht mehr im hohen Alter auf die Toilette gehen kann und und und. Oder dass du dann eben Arbeitsausfälle hast, weil du eben beim Schnürsenkel den Hexenschuss bekommst und dann ist es wirklich eher das Problem, dass du nicht produktiv bist in deiner Arbeit und was auch immer und so fort. Also das nochmal als Brücke. Jetzt haben wir viel über Mobilität im Alltag gesprochen. Viele, auch von unseren Zuhörern, sind ja jetzt nicht völlig unsportlich, sondern viele gehen auch ins Studio oder machen schon Krafttraining und ich war früher immer so, wir sind ja alle auf Effektivität, Effizienz aus. Okay, ich will Sixpack bekommen, ich will Muskeln bekommen. Warum soll ich jetzt Warm-Up Mobility machen? Los, an die Geräte, los, an die Handeln. Warum ist es so wichtig, Mobility oder ein kleines Warm-Up vor dem Krafttraining zu machen? Deine Antwort. Also erstmal auch wieder Thema Neurologie, dass du das, was du dann danach machst, mit einer viel, viel verbesserten Wahrnehmung machst. Wenn ich erstmal dafür sorge, dass ich im Warm-Up kurz meine Gelenke kreise. Ja, du hast natürlich eine Mehrdurchblutung für die Gelenke, für die Hauptmuskulatur und so weiter, was durchaus erstmal förderlich ist. Und auf der anderen Seite eben diese erhöhte Wahrnehmung, dass du wirklich merkst, okay, hier merke ich die Muskulatur mehr, hier spüre ich mehr, wenn ich vielleicht in einen ungünstigen Winkel komme oder was auch immer. Und eine verbesserte Wahrnehmung sorgt für eine verbesserte Koordination in der Regel und eben dadurch auch für ein verbessertes und effizienteres Training. Das ist eigentlich viel, viel effizienter als hinzugehen, ich skippe das Warm-Up und gehe direkt an die Geräte. Und da ist wieder auch eine tolle Brücke, weil wir das ja immer so oft haben. Wir denken, wir haben diese 10 Minuten nicht oder 15 Minuten nicht, weil wir wollen ja unsere Muskeln trainieren. Vergessen aber, wenn wir uns diese 10, 15 Minuten nehmen würden, würden wir sogar noch besser unsere Muskeln trainieren. Und das ist ja auf unserer Arbeit genauso, wenn wir uns mal die 10, 15 Minuten mal Entspannung gönnen würden, würden wir die Aufgaben, die To-Dos noch besser erledigen. Also das ist beim Krafttraining genauso, dass wir Mobility Warm-Up machen sollen, um die Übungen besser ausführen zu können und besser Muskeln aufzubauen, sozusagen. Wenn das dein Ziel ist, genau. Wenn es das Ziel ist, genau. Was, vielleicht schaffst du es, ich weiß, Mobility ist immer ein großes Thema, vielleicht schaffst du es in ein paar Sätzen zu beantworten, was sollte auf jeden Fall in einem guten Mobility Training vorkommen? Und was darf sozusagen in dem Sinne nicht fehlen? Also ich mache es relativ simpel. Fokussiere dich auf das, was du für dich verbessern willst. Also wenn du sagst, okay, ich habe Schulterprobleme, dann schau, dass du die Schulter in der Multidimensionalität angehst, die das Gelenk bietet. Was meine ich damit? Nicht immer dieselbe Übung zu machen. Nicht immer hinzugehen und zu sagen, nee, der Physi hat gesagt, ich soll die Rotatoren trainieren und immer dieselbe Übung und immer dieselbe Übung. Unser Körper ist für Variation gemacht und das Beste, was du ihm bieten kannst, ist eben Reize zu variieren, weil dadurch kreieren sich neue Nervenbahnen, neue Nervenzellen, neue Verbindungen und dementsprechend auch eine verbesserte Bewegung. Das ist das Erste, Variation. Variation ja nicht nur für den Körper gut, das hatte ich sogar beim Training, auch für den Kopf wichtig, weil du wieder Spaß bekommst, weil du wieder dich drauf freust, weil du wieder andere Sachen machst. Ich wollte nur kurz einhaken. Zweiter Punkt. Guter Punkt. Zweiter Punkt ist, dass du die großen Drei immer wieder in den Fokus nimmst. Das kommt so ein bisschen, wenn du dich mit Variation beschäftigst. Die großen Drei, meinst du? Erklär ich jetzt. Dann kommst du nämlich so ein bisschen dahin, dass du sagst, okay, ich muss variieren, okay, ich gucke mal, was ich vielleicht fürs Knie machen kann oder fürs Sprunggelenk. Die großen Drei, das ist relativ simpel, sind die drei Hauptbewegungsachsen unseres Körpers, Wirbelsäule, Schulter, Hüfte. Und wenn du die mit einnimmst, und das habe ich so auch in meinem Buch geschrieben, in dem Buch, was ich zusammen mit Monique geschrieben habe, Calisthenics X Mobility. Kurze Ergänzung, Monique ist seine Freundin und ihr macht ab und zu Geschäftspartnerin. Und Geschäftspartnerin, genau. Das heißt, ihr kombiniert eure Wissen, was ich sehr, sehr spannend finde. Aber genau. Genau, sie macht Calisthenics, also Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht, was ich vorhin so ein bisschen angesprochen habe. Und wir geben dir nicht nur in dem Buch, sondern auch in unserem Workshop, Seminaren und Coachings eben die Tools an die Hand, wie du deinen Körper ohne anderen zusätzlichen Geräte auf ein neues Level bringst. Also für dich stark bewege ich schmerzfrei wirst. Und darin habe ich auch beschrieben, die großen drei, Hüfte, Wirbelsäule, Schultern, eben mit diesen verschiedenen Bewegungen, mit den verschiedenen Variationen, die du machen kannst. Einfach klassisch. Wir haben Beugung, wir haben Streckung. Wir haben meistens auch Rotation in dem Gelenk. Dass du genau das mit einbauchst. Und nicht in eine Dehnung zu gehen. Das hat man ja eben gerade am Anfang schon, dass Dehnung nicht gut wäre. Naja, das ist nicht so effizient. Weil die Bewegung findet in den Gelenken statt. Deswegen das nochmal als dritten Punkt. Variation, die großen drei. Und fokussier dich auf die Gelenke und nicht auf die Muskulatur. Also guck nicht, dass du deine Muskulatur irgendwie stretcht und dehnst und versuchst daran beweglicher zu werden. Die Muskulatur ist letztendlich, die hat viele verschiedene Funktionen und Aufgaben und was auch immer, aber ist letztendlich nur das Ausführungsorgan vom Nervensystem. Das ist nur der, der die Befehle erhält und sagt, Beugen strecken. Beugen strecken. Stabilisieren. Ja, festmachen. Kraft nachlassen. Und das Gelenk ist der komplexe Teil des Körpers, in dem letztendlich die Bewegungen mechanisch rein auch stattfinden. Und deswegen fokussiere dich auf Gelenksbewegungen, dass du deine Gelenke bewegst, dass du deine Gelenke ansteuern kannst und wahrnehmen kannst, als zu sagen, okay, ich muss jetzt hier meine Brust aufdehnen. Das ist mehr so das dritte, was im Mobility-Training sein sollte. Sehr schön zusammengefasst. Meine Güte, ich habe mich schon mal ein bisschen kurz gehalten. Und er ist auch nicht abgekommen. Sehr gut. Was ich nur oft sehe im Gym, viele, die Warm-up machen und so Mobility, da gibt es schon viele Inspirationen aus dem Yoga, oder? Kann das sein? Also ich habe so das Gefühl, dass viele Ausführungen, wahrscheinlich würden jetzt die Mobility-Experten sagen, Yoga bedient sich sozusagen euch, aber man sieht schon da viele Gemeinsamkeiten, oder? Das ist jetzt da, oder? Naja, ich würde mal sagen, es ist alles Bewegung. Also warum ich das so pro forma sage, Yoga ist ein sehr... Ich denke immer in Schubladen, weil manche sagen, okay, ich mache Yoga, ich mache Mobility, und das ist genau das, was ich ja eben sprengen will, weil, ja, ich kann mich auch ein paar Dinge bedienen, die man als Yoga klassifizieren würde, aber genauso kann ich auch im Tanzen hingehen und sagen, ich bediene mich ein paar Sachen aus dem Tanzen und deswegen habe ich Moving Monkey auch Moving Monkey genannt, weil viele damals, und das habe ich im McFit gemacht, dass ich mich da auf dem Boden rum bewegt habe und dann kam der eine an, hey, was machst du da? Machst du tanzen? Bist du Breakdancer? Ich sagte, nee, nee, kam andere an, hat gesagt, was machst du da? Machst du Yoga? Ich so, nee, nee, was machst du da, Leon? Das sieht irgendwie, du machst irgendwie so Affenbewegungen, was ist das? Habe ich gesagt, ja, meinst du Animal Movements? Ja, genau, ich habe sowas schon mal gehört, habe ich schon mal gesehen. Ich so, ja, nee, nee, also, ja und nee, also, es ist halt Bewegung. Ich gucke, dass ich meinen Körper auf Basis dessen bearbeite oder bewege, was ich können will, was meine Restriktionen sind, wo ich vielleicht Probleme habe und gucke, dass ich das eben so verbinde, dass ich Spaß daran habe. Ich bin völlig bei dir, ich bin, ich will auch nicht in Schublaren denken, ich finde es immer nur so, so manchmal witzig und deswegen habe ich es aufgegriffen, weil viele Männer, ja, negativ Yoga gegenübergestellt sind, aber in ihrem Krafttraining, also vorher, trotzdem ja solche Auswirkungen machen und deswegen hatte ich dich nur gefragt, um so ein bisschen diese Symbiose zu zeigen, zu sagen, es ist völlig egal, ob man das jetzt Yoga nennt oder ob man das, was gibt es noch für Begriffe, ob das jetzt Crossfit ist oder oder, sondern es geht einfach nur darum, was ist dein Ziel und dann kannst du dich den Bewegungsmustern bedienen, die es da gibt. Und das ist durchaus vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen Angst einflößen oder Respekt einflößen, sozusagen, so wie, ich kann jetzt alles machen. Das war so meine erste Reaktion, von wegen, ja, aber ich muss doch, ich bin doch der Fußballer und ich bin doch, ich muss doch irgendwas anderes haben, ich bin doch der Kraftsportler oder der Gewichtheber oder was auch immer. Aber sobald du anfängst, diese Labels von dir wegzunehmen und zu sagen, okay, was macht mir denn Spaß an Bewegung? Da hast du vielleicht auch mehr Spaß daran, ins Fitnessstudio zu gehen, weil, ja, sind wir mal ehrlich, das ist so eine der, neben Laufen und was man noch alles draus machen kann, aber eine der einfachsten und erreichbarsten Möglichkeiten, dich in einer sehr variationshaltigen Umgebung zu bewegen. Ja, weil das bietet dir eigentlich so viel mehr als für diese Geräte und auch Gerätetraining ist nicht schlecht. Du würdest aber immer ein Bodyweight bevorzugen oder wie? Ja, je nachdem, was dein Ziel ist. Und das ist genau das, was ich meine. So, nicht zu labeln oder als, das ist mein Konzept und so weiter zu sehen und so, weil auch beim Thema Therapie, wo ich ja ganz viel mit zu tun habe als Physiotherapeut, gibt es ganz viele, die sagen, ja, sie sind Manualtherapeut und damit schieße ich nicht gegen Manualtherapeuten. Bitte, do you und ich hoffe, du hilfst den Leuten und das ist, wenn du deine Arbeit gut machst, machst du deine Arbeit gut, aber lass uns doch mal weg von diesen Konzepten gehen und zu sagen, ich bin XYZ. Aber das ist ja die schöne Brücke, auch warum ich ja so gerne mit dir zusammenarbeite, weil auch der Podcast nennt sich ja rebellisch gesund und dein Ansatz ist ja genau das zu sagen, was wir ja auch versuchen zu beherzigen, dieses mal auszubrechen und nicht dieses, wie du ja meintest, das jetzt zu machen, weil das irgendeiner da draußen sagt, sondern einfach für sich zu schauen, was ist dein Ziel und sich dann den Sachen zu bedienen, die dafür nützlich sind. Also mal aus... Ich habe jetzt mal ganz große Kiste aufgemacht, genauso wie mit Ernährung. Ich bin Veganer, ich bin Vegetarier. Das ist nochmal ein ganz anderes Spektrum. Und weil es so emotional verbunden ist, dass die Leute sagen, sie müssen da sich so sehr mit labeln und so hart... Wie so mit Religion, ne? Ja, dass sie sich so hart damit identifizieren müssen, dass das schon fast in die falsche Richtung geht, sondern dass du halt so sehr dem Verhangen bist, dass du vielleicht Dinge machst, die vielleicht doch nicht gesund sind für dich. Und damit sage ich nicht, dass Vegan schlecht ist oder Vegetarier schlecht ist. Ich habe alles probiert. Ich habe über ein Jahr vegan gelebt und ich habe gemerkt für mich, dass es nicht das Richtige ist. Jetzt schweißt der Leon wieder ab. Ja, jetzt schweife ich wieder ab. Deswegen komme ich, jetzt mache ich kurz eine Pause. Und deswegen sich nicht mit diesen Labeln zu... Also einfach zu klassifizieren und auf Basis dessen zu bewerten, was gut und schlecht ist. Das ist letztendlich, was ich sagen will. Weil dann kommen wir nämlich dahin und sehen viel mehr Lösungen für unsere Probleme. Und es macht ja auch keinen Spaß im Alltag, wenn man dann immer das Gefühl hat, okay, ich darf das jetzt nicht machen, weil es falsch ist oder ich muss jetzt das machen, weil es richtig ist. Sondern ja für sich dieses rebellische Wiedernehmen und sagen, ey, ich habe heute Bock, das zu machen, mit Geräten zu trainieren. Also trainiere ich heute mit Geräten und morgen habe ich wieder Bock, Bodyweight zu machen, dann mache ich das wieder. Bevor wir jetzt zum Abschluss kommen würden, da habe ich so ein paar Fragen für dich, die auch ich immer den Interviewgästen stelle, wollte ich nochmal kurz eine Brücke zum Unternehmenskontext bekommen. Wir haben jetzt sehr viel über den normalen Alltag. Was kann ich als Privatperson machen? Was würdest du Unternehmen raten? Unternehmen wollen ja jetzt immer mehr für ihre Mitarbeiter anbieten. Welche Rahmen können Unternehmen für die Mitarbeiter setzen, dass die im Bereich Mobility, im Bereich Bewegung sich gut aufstellen und den Mitarbeitern diese nur Freiräume zu geben? Hast du da aus deiner Praxis schon so ein paar Tipps, vielleicht eine Empfehlung oder so, worauf es ankommt? Kommt es eher auf, ja, ich lasse erstmal die Frage offen. Ja, Punkt Nummer eins, gucken wir doch mal dahin, wo es eigentlich ganz gut funktioniert, wo Produktivität sehr weit oben ist, wo aber gleichzeitig auch die Zufriedenheit innerhalb des Unternehmens sehr weit oben ist und das ist in Amerika, in den großen Unternehmen, die Google, Facebook, Apple und so weiter, die einen Rahmen bieten, der aus dem normalen Corporate Design, Corporate Office Design und so weiter, komplett in die andere Richtung geht, wo du denkst, okay, arbeiten die hier gerade? Die sitzen auf irgendwelchen Bubble Chairs und irgendwelche Kuschelecken, keine Ahnung was. Man muss es nicht übertreiben so. Man kann auch klein anfangen, aber wir sollten wegkommen von, das ist deutsch, es ist alles sauber, es ist alles gerade, jeder hat seinen Schreibtisch, so, und jeder hat seinen Stuhl und das ist halt nicht wirklich förderlich, auch für die Art und Weise, wie wir funktionieren, vom Nervensystem her, vom Gehirn her, dass wir keine Möglichkeiten haben. Also Grundidee, um auch mehr Bewegung in den Unternehmen einzubauen, Möglichkeiten zu schaffen, wie wir mehr Variationen an Bewegung einbauen können. Punkt Nummer eins, einen Stehschreibtisch nicht erst dann den Leuten zu geben, wenn sie schon einen scheiß Bandscheibenvorfall haben. Das war gerade meine Frage, was du dazu sagst, dass bei Bandscheunternehmen erst diese Geräte bekommt, wenn ein Attest vorliegt, so ein Schreiben. Tut mir leid. Also wenn es zu viel Geld kostet, was ich verstehen kann, weil die Dinge sind nicht günstig und auch jedes Unternehmen muss profitabel sein. Da kann man noch so viel für die Gesundheit der Mitarbeiter tun, wenn die irgendwann keinen Job mehr haben, weil die so viel Geld daran investiert haben, dann ist es auch nicht gut. Das heißt, was kann man machen? Aufsätze für die Tische zu nehmen. Ich meine, ich habe so oft in der Uni den Müllbeutel aus dem Müll rausgenommen. Das Schöne ist, in der ersten Stunde ist auch noch kein Müll. Stell mir das gerade bildlich vor. Ja, auf jeden Fall. So den Müllbeutel aus der Mülltonne, die Mülltonne umgedreht, habe mich in die letzte Reihe gestellt. Also man muss jetzt nicht mit den Mülleimern da rumstehen im Unternehmen, was jetzt auch nicht so das gute Bild ist vielleicht, aber es gibt super einfache Möglichkeiten und super viele Unternehmen mittlerweile auch, die Aufsätze für Tische haben, die modularisierbar sind. Da muss man keinen höhenverstellbaren Kurbeltisch oder elektrisch oder was auch immer. Eine andere Möglichkeit ist, viele verschiedene Sitzgelegenheiten zu geben. Es gibt nicht den perfekten ergonomischen Stuhl. Es gibt nicht die perfekte ergonomische Sitzhaltung und der eine wunderschöne Wirbelsäulen-S-Form hat und dann ein wenig wackelig ist und es ist alles Bullshit. Es ist alles zu viel wieder konzeptionalisiert. Leon kommt jetzt richtig in Rage. Meine Güte! Es ist halt nicht sinnvoll, dass man sich... Beim Sitzen ist es, glaube ich, ganz wichtig. Da sagt man ja, es müssen immer diese unterschiedlichen Sitz möglich, also diese dynamischen Sitzen. Die Box zum Beispiel, das ist mein Schreibtisch-Stuhl. Für die Zuhörer, der Leon sitzt gerade auf einer blauen Kiste, auf einem blauen Quadrat. Er heißt Paleo-Chair für diejenigen, die es mal sich anschauen wollen. Da ist auch noch so ein Sitzkisten dabei, für diejenigen, die nicht ganz so beweglich sind. Aber du hast halt hier einfach wesentlich mehr Möglichkeiten, wie du sitzen kannst. Und es gibt dir halt auch die Möglichkeit, anders zu sitzen. Bei einem Stuhl, der eine ganz kleine Sitzfläche hat, da sitzt du nicht anders. Da sitzt du immer gleich. Und was ich meine ist, einfach nur Möglichkeiten zu bieten und da nicht hinzugehen und nur Wackelstühle einzubauen. Und jeder sitzt auf einmal auf so einem roten oder blauen Wackelball, weil das ist auch nicht gut. Und dementsprechend... Variationen auch in dem Sinne, dass du... Gibt den Leuten vielleicht die Möglichkeit, dass sie Laptops haben, weil dann können sie sich auch mal auf den Boden setzen. Das Beste ist, brauchst du nicht so eine Box, sondern der Boden ist genauso ungemütlich, dass du oft die Positionen veränderst. Mach meinetwegen dann einen Raum, der vielleicht für externe Leute, die reinkommen, vielleicht nicht so ersichtlich ist und die denken, hey, die liegen auf dem Boden, wie komisch ist das denn? Und ja, das bedarf auch für die Leute erstmal einer Umstellung, dass sie die Möglichkeit überhaupt haben und dass darüber aufgeklärt wird, was das macht, weil wenn du auf dem Boden sitzt, du bewegst dich ganz viel automatisch, weil es ist ungemütlich. Und je mehr Ungemütlichkeit du in deinem Leben zulässt, desto mehr Bewegung lässt du zu und desto in der Regel gesünder bist du. Was hältst du, das ist meine letzte Frage in diesem Unternehmenskontext, was hältst du von digitalen Angeboten und Offline-Angeboten? Sagt man, du bist eher ein Freund von den Offline-Angeboten oder sagst du, die Digitalen können das gut unterstützen mit Beispielvideos oder sagst du sogar, rein theoretisch könnten die alles digital machen, weil man da das gut lernt. Man hat natürlich nur keinen, der dann irgendwie einem sagen kann, machst du es gerade richtig oder nicht. Ja, also ich finde, das ist schon eine schöne Verbindung daraus zu sehen, genauso wie ich es ja auch bei Moving Monkey mache, ganz viele Videos und meine Moving Monkey Akademie. Das ist letztendlich eine Online-Akademie, auf der du ganz viele verschiedene Kurse hast zu verschiedensten Themen, Mobility, Calisthenics, Handstand, Squat, also Kniebeuge lernen und so weiter. Und dann gibt es aber auch immer die Möglichkeit, dass du den passenden Workshop dazu besuchst oder dass du ein Coaching machst vor Ort, bei dem ich genau gucken kann, okay, wo machst du wie, was genau, was ist für dich passend, weil da kommt es immer auf den Lerntypen an, auf denjenigen, wie derjenige Informationen am besten verarbeitet und ich denke, eine gesunde Mischung zwischen Online und Offline, da wir zum Beispiel, jetzt haben wir Corona, dies, das, andernas und wir können schon drittem Studium... Social Distance haben wir jetzt hier schon gemacht, das sind immer auch aufs Dach gegangen. dass wir halt Möglichkeiten haben, egal wo wir sind und das war auch so der Grund, die Moving Monkey Academy zu gründen, dass egal wo du bist, die Möglichkeit hast oder die Ressourcen hast, dich vernünftig zu bewegen und etwas für deinen Körper zu tun, was er braucht. Okay. Und ja, dementsprechend verbinden. Für alle Unternehmen, ich meine, wir touren ja durch die Unternehmen und bieten da ja auch sowohl offline als auch online an, von daher das als guter Hinweis. Jetzt kommen wir zum Abschluss und zwar ist das eine Frage, die ich auch jedem Interviewgast stelle und bin immer fasziniert, weil das nochmal, glaube ich, alles sehr gut zusammenfasst. Man muss dazu wissen, auch wenn sich Leon nicht so anhört und auch mit seinem ganzen Wissen, Leon ist noch sehr jung im Vergleich auch zu meinen anderen Interviewgästen. Deswegen, normalerweise habe ich immer meine Interviewgäste gefragt, was würdest du deinem früheren Ich, dem 20-jährigen Ich vor zwei Jahren, um die 20, 25, das kann ich bei Leon jetzt nicht stellen, also würde ich, die, die, was würdest du dir raten mit zehn Jahren? Genau. Nein, ich würde eher das, ein bisschen anders bei dir, weil ich glaube, bei dir ist in zwei Jahren aber auch sehr viel passiert. Was würdest du deinem früheren Ich, sagen wir mal, du warst ja früher sehr aktiv beim Fußball, hast ja sehr viel gespielt. Was würdest du jetzt deinem früheren Ich empfehlen mit dem Stand, den du jetzt hast? Also welche Fehler hast du in den letzten Jahren, Monate gemacht, wo du sagen würdest, das würde ich heute anders machen? Welche Empfehlung wäre das? Oder was würdest du ihm sagen? Ja, definitiv ein besseres Aufwärmen für mein Fußballtraining. Nicht nur Lauf ABC, bisschen in die Ecke und das war's. Also Ecke war immer, du bist mit fünf Leuten und einer steht in der Mitte und du musst dann passen, dass derjenige in der Mitte den nicht bekommt. Und halt das Pseudodehnen, Bein auf Stankett, drei Sekunden lehnen, fertig. Also wirklich mehr mich auf Bewegung zu fokussieren, vielleicht auch ein wirklich gezielteres Athletiktraining zu machen, weil das war damals, hatte ich keine Ahnung davon, Krafttraining, nicht einfach nur im Sinne von Krafttraining, sondern wirklich gezielt spezifische Übungen zu machen, die mich besser machen, die auch für den Fußball einen besseren Übertrag haben. Also mein ganzes Training einfach zielgerichtet dazu gestalten und ich werde noch besser geworden. Also definitiv. Und unabhängig jetzt als Fußballer, also gibt es da irgendwas Allgemeines? Unabhängig als Fußballer eigentlich den Bewegungsdrang, den ich so in mir habe und auch damals schon hatte, einfach weiter auszuleben und mich nicht von anderen klein zu halten oder dieses klassische Bleib ruhig sitzen und so weiter. Also mich nicht da von runterdrücken zu lassen. Was ich immer sage, auch wenn ich sage, ich bewege mich im Alltag viel und so weiter, beachte natürlich die Grenzen von anderen. Damit ist jetzt nicht gemeint, hey, hier, Anna Schie und ich bewege mich so, wie ich will und Hauptsache, ich habe meinen Willen durchgesetzt. Darum geht es nicht, sondern es geht halt darum, das zu machen, was ihr gut tut, das zu machen, was du brauchst in dem Moment. Und wenn ich halt merke, dass ich in der Klasse einfach mal aufstehen muss und mich nach hinten stellen muss, um einfach mal ein bisschen zu stehen, ein bisschen weiter auch dran zu bleiben, dann hätte ich meine Schulzeit, denke ich, ein bisschen mehr genossen in mancher Hinsicht, aber es war alles gut von daher. Okay. Ja, Infos über dich, wird alles in die Shownotes gepackt. Du hattest ja schon eingangs erwähnt, du bist sehr aktiv auf YouTube, das kann ich wirklich sehr empfehlen, sind sehr gute Videos dabei, wo man wirklich auch ein paar Übungen für sich rausnehmen kann. Du hast gesagt, Instagram, Facebook, Podcast. Du hast sogar ein paar Bücher rausgebracht, die würden wir auch mit verlinken, wen es interessiert. Du machst Workshops, gibt Seminare und, und, und. Das alles auch privat. Ich will jetzt gar nicht alles aufzählen, wir verlinken das alles für die, die es interessiert. Wie gesagt, man kann nicht immer wissen, wo ich so dran bin. Genau. Und wenn dir das Interview jetzt auch gefallen hat, kannst du natürlich gerne den Podcast abonnieren, so verpasst du auch keine andere Folge. Und ich glaube, die nächste Folge, so kann ich es schon ankündigen, für Leon auch, wäre sehr interessant, denn Leon beschäftigt sich auch immer sehr viel mit Schlaf und ich glaube, das ist sogar ein Defizit, worüber wir schon mal gesprochen haben, was ab und zu zu kurz kommt. Definitiv verbessert in den letzten fünf Monaten. Musst du mir gleich mal erzählen, aber das nächste Interview, das kann ich schon mal als Teaser rausgeben, geht es dann um das Thema Schlaf, wie gewohnt dann in 14 Tagen. Leon, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Vielen Dank für diesen Ausblick, den wir jetzt, glaube ich, hier noch genießen werden. Auf jeden Fall. Und ja, danke fürs Zuhören. Corona-Check. Corona-Check. Bis dann. Bis dann.